Ich lerne Deutsch. Schwer Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort schwer beschreibt etwas, das viel Gewicht hat oder schwierig zu bewältigen ist. Das Wort schwer beschreibt etwas, das viel Gewicht hat oder schwierig zu bewältigen ist. Der Koffer ist schwer, ich kann ihn kaum tragen. Der Koffer ist schwer, ich kann ihn kaum tragen. Der Koffer hat ein hohes Gewicht, was das Tragen anstrengend macht. Es war eine schwere Entscheidung, die ich treffen musste. Die Entscheidung war emotional oder intellektuell schwierig. Lisa hatte eine schwere Kindheit. Ihre Kindheit war voller Herausforderungen und Schwierigkeiten. Die Prüfung war so schwer, dass nur wenige sie bestanden haben. Die Prüfung war inhaltlich anspruchsvoll und schwierig zu bewältigen. Das Wetter machte das Wandern schwer. Schlechte Wetterbedingungen erschwerten die Wanderung. Erich trägt schwer an der Last seiner Verantwortung. Er empfindet seine Pflichten als emotional belastend oder erdrückend. Das Paket war so schwer, dass es kaum ins Auto passte. Das Paket hatte ein hohes Gewicht, was den Transport erschwerte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Versober ich mich jetzt auch. Ich mache so ein One-Zo-Z filme. Ich mache so ein 3-Zen. Ich mache so einen Augen auf. Vielen Dank.